Gestern Rheinland-Pfalz, heute Baden-Württemberg. Schauen wir ein letztes Mal, wie dort die letzten Umfrageergebnisse aussahen. Der Stand der Dinge für dieses Video ist der vergangene Sonntagmorgen und da gibt es drei Umfrageergebnisse, die für dieses Video wichtig sind. Einmal eines von Infratest-DiMap vom 4. März, eines von der Forschungsgruppe Wahlen vom 5. März und eines von Sirway, das ich tagesaktuell um 11.03 Uhr am vergangenen Sonntag eingesehen habe. Ja, da sehen wir jetzt in Baden-Württemberg auch eine interessante Entwicklung. Die Grünen, die liegen jetzt nämlich ganz klar vorne vor der CDU, die zuletzt einen deutlichen Absturz hingelegt hat bei den Umfrageergebnissen. Blicken wir erst auf die Grünen. Die liegen nicht nur in sämtlichen Umfrageergebnissen vorne, sondern sie haben jetzt auch durchgängig Werte, die besser sind als das letzte Wahlergebnis. Also die Grünen können mit Zugewinnen in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl rechnen. Und damit wird natürlich auch die Position von Winfried Kretschmann durchaus gestärkt, der ja sehr beliebt ist und im Vergleich auch zu seiner Herausforderin von der CDU, Susanne Eisenmann, deutlich beliebter ist. Die CDU, das habe ich ja eben schon gesagt, die hat ja einen deutlichen Absturz zuletzt hingelegt. Und man sieht auch hier den Unterschied zwischen den Februarwerten bei der Forschungsgruppe Wahlen und bei Insa und den Werten, die wir hier sehen bei Infratest-DiMap, der Forschungsgruppe Wahlen und Sirway. Und gerade hier, man kann ja die Forschungsgruppe Wahlen miteinander vergleichen, ist es so, dass die CDU vier Prozentpunkte eingebüßt hat und das innerhalb eines Monats. Und damit muss die CDU nicht mehr nur rechnen, hinter den Grünen zu liegen wieder, sondern eben auch mit Verlusten aus dieser Wahl herauszugehen. Und damit steuert die CDU auf eine Enttäuschung und in gewisser Weise auch, wie man es in der Presse formuliert schon findet, auf ein Debakel zu. Also es sieht nicht gut aus für die CDU, zwischenzeitlich hatte sie ja auch Hoffnung gehabt, wie in Rheinland-Pfalz stärker zu werden als die bei der letzten Landtagswahl jeweils stärkste Partei, aber jetzt von den Grünen ist sie doch gute 8 bis 10 Prozentpunkte entfernt und die CDU dürfte den Grünen überhaupt nicht gefährlich werden. Hinter den Grünen und der CDU gibt es da ein durchaus enges Rennen um den dritten Rang. Da kämpfen vor allen Dingen die AfD und die SPD drum, die FDP nur mit Abstrichen. Wenn wir zunächst auf die AfD blicken, dann sehen wir, dass die Partei eigentlich ziemlich konstant so bei 11 Prozent liegt. Bei Silve sind es 11,6 Prozent, bei Infratest-DMAP sind es 12 Prozent, also das ist so der Wertebereich der AfD aktuell. Und sie muss, auch wenn sie zweistellig bleiben wird, mit Verlusten rechnen im Vergleich zur letzten Landtagswahl, als sie noch 15,1 Prozent erzielt hatte. Die SPD derweil kommt wohl auch nicht um Verluste herum. Mit 2 mal 10 Prozent und 1 mal 12 Prozent liegt sie zwar immer im zweistelligen Bereich, aber gerade hier diese 10 Prozent, die sind an der Grenze eben zur Einstelligkeit. Also das wäre natürlich dann schon noch katastrophaler für die SPD, aber so wirklich prickelnd wird das Ergebnis für die Sozialdemokraten wohl auch nicht werden. Ja, mit den 12 Prozent bei Silve liegt die SPD zumindest einmal vor der AfD, ansonsten liegt sie bei der Forschungsgruppe Wahlen und bei Infratest-DMAP dahinter. Also eher muss die SPD damit rechnen, nicht den dritten Rang holen zu können. Und dann ist ja da auch noch die FDP, die zuletzt in Baden-Württemberg doch auch zugelegt hatte, das hatten wir im letzten Video, meine ich, zu Baden-Württemberg schon mal besprochen. Und wir sehen ja, die FDP liegt hier bei Infratest-DMAP und der Forschungsgruppe Wahlen im zweistelligen Bereich bei 10 Prozent, bei Silve sogar auch bei 9,5 Prozent. Also die FDP hat durchaus eine realistische Chance, auch im zweistelligen Bereich zu landen und vielleicht liegt sie dann sogar auch vor der SPD. Das sieht aktuell hier bei Silve nicht so aus, aber bei der Forschungsgruppe Wahlen und bei Infratest-DMAP ist es ein Unentschieden. Also gut möglich, dass die Liberalen hier sogar vor den Sozialdemokraten landen werden. Und der Unterschied zwischen FDP und SPD ist auch, und auch verglichen zur AfD ist, dass man mit Gewinnen wohl aus der Wahl herausgehen wird. Ja, ansonsten sehen wir auch noch die Linke hier aufgeführt. Die wird es aber nach wie vor nicht in den Landtag in Stuttgart schaffen. Also wird es in Baden-Württemberg auch weiterhin im Parlament keine Linke geben, so wie es eben aussieht, und die Sonstigen liegen so bei 6, 7 Prozent. Aber da scheint auch keine Partei den 5 Prozent nahe zu kommen. Ja, wenn wir jetzt diese drei Umfrageergebnisse nehmen, Infratest-DMAP, Forschungsgruppe Wahlen und Silve und daraus den Mittelwert bilden, und das mal vergleichen mit dem Landtagswahlergebnis von 2016, dann kommen wir hier auf diese Darstellung der Gewinne und Verluste. Wir sehen aktuell bei den Gewinnern ganz vorne die Grünen, die auch durch verbesserte Werte eben jetzt einen deutlicheren Balken im positiven Bereich haben, und jetzt aktuell diese Liste hier der Gewinner anführen. Hinter den Grünen haben wir die Sonstigen bei Bemerkenswerten plus 2,6 Prozentpunkten, die FDP liegt auch im positiven Bereich plus 1,5 Prozentpunkte, also die Liberalen, wie gesagt, die können mit Gewinnen rechnen und auf Gewinne hoffen, und die Linke liegt zwar auch über dem Ergebnis von 2016, allerdings nicht so viel mit 0,7 Prozentpunkten, und ja, am Ende reichen diese 0,7 Prozentpunkte nicht, um in den Landtag einzuziehen. Bei den Verlierern haben wir im Übrigen die gleichen drei Parteien wie auch in Rheinland-Pfalz, wenn ihr das Video gestern gesehen habt, die SPD allerdings diesmal nicht mit den stärksten Verlusten, minus 2,0 Prozentpunkte, die CDU kommt auf minus 2,7 Prozentpunkte, und die AfD auf die aktuell größten Verluste, minus 3,6 Prozentpunkte, aber gerade der Balken der CDU hat sich deutlich verändert, denn vor einiger Zeit, und das war noch nicht so lange her, da lag dieser Balken im positiven Bereich, und jetzt ist er doch deutlich im negativen Bereich. Also die CDU läuft aktuell Gefahr, sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Baden-Württemberg, Klatschen zu erleben, und damit zu einer der größten Verliererinnen bei den beiden Landtagswahlen zu werden, und das wird dann auch sicherlich zu Diskussionen auf Bundesebene führen. Und ich schätze mal, dass die Verluste der CDU in Baden-Württemberg eben auch darauf zurückzuführen sind, dass eben doch jetzt mehr Menschen noch unzufrieden sind mit der Corona-Politik der Bundesregierung, und da hatte ich es auch schon gestern im Video gesagt, auf Bundesebene hat ja die Union auch jüngst an Zustimmung verloren, und ja, das scheint hier auch auf Baden-Württemberg abzufärben. So, schauen wir jetzt auf die Sitzverteilungsprognose und die Koalitionsoptionen, da ist es sehr komfortabel für die Grünen aktuell. 120 Sitze gibt es regulär im Landtag in Stuttgart, 61 braucht man zur absoluten Mehrheit, mit diesen Schnittwerten kommen wir bei den Grünen auf 45 Mandate, die CDU folgt mit 33 Sitzen und dann folgen die AfD mit 15, die SPD mit 14 und die FDP mit 13 Sitzen jeweils. Wenn wir auf die Koalitionsoptionen blicken, dann haben die Grünen eigentlich die Qual der Wahl nach der Wahl, und vor allen Dingen, wie in Rheinland-Pfalz gilt, Rot-Grün könnte tatsächlich über eine absolute Mehrheit verfügen. Gehen wir der Reihe nach. Grüne und CDU, die regieren aktuell, die kommen nach der Wahl ganz sicher auf eine absolute Mehrheit, 78 Mandate, das ist fast eine Zweidrittelmehrheit, also da wird nichts anbrennen, die Regierung, die aktuell regiert, die könnte weitermachen. Aber die Frage ist, wollen das die Beteiligten und die Grünen, die wollen ja eigentlich lieber mit der SPD koalieren, deswegen gibt es ja auch immer wieder die Erwähnung, dass, und die Nennung, dass die Grünen in eine Ampelkoalition treten könnten in Baden-Württemberg, zusammen mit SPD und FDP, anders als vor fünf Jahren scheint das auch realistisch her zu sein, oder realistisch zu sein. 72 Mandate hätte diese Koalition, also das wäre auch eine sehr klare und satte absolute Mehrheit. Nicht ausgeschlossen ist eben aber auch, dass Rot-Grün eine absolute Mehrheit haben wird. 59 Mandate sind es ja hier, aktuell 61 braucht man zur absoluten Mehrheit. Ja, und zum Beispiel bei der Forschungsgruppe Wahlen habe ich das mal ausgerechnet, Rot-Grün hat genauso viele Prozente wie hier FDP, CDU und AfD zusammen. Also, es ist nicht so undenkbar, dass am Ende Rot-Grün bei rauskommen könnte, eine schwache, aber wohl dann vielleicht sogar vorhandene absolute Mehrheit. Also Rot-Grün wäre auch eine Option und ich glaube, dann ist es ziemlich klar, wenn die Grünen die Wahl haben, zwischen einem Bündnis mit der CDU oder mit der SPD, wenn beide eben zur absoluten Mehrheit reichen werden, dann werden die Grünen mit der SPD zusammen regieren. Für die CDU hat sich die Situation nun drastisch verschlechtert. Durch diese deutlich verschlechterten Werte der CDU ist es so, dass es aktuell noch nicht mal für eine sogenannte Deutschland-Koalition reichen würde. Allerdings, das kann auch sein, dass es am Ende doch knapp reichen wird. 60 Mandate vereinigt diese Koalition aktuell auf sich. Das reicht eben nicht für die absolute Mehrheit, aber schon ein Sitz mehr würde ja dazu reichen. Also, die Deutschland-Koalition kann dann schon realistisch noch zu einer absoluten Mehrheit kommen am Sonntag, aber ich glaube nicht, dass CDU, SPD und FDP zusammenfinden werden. Das halte ich doch für ziemlich unwahrscheinlich. Und so kann man insgesamt sagen, hat Winfried Kretschmann doch sehr, sehr gute Chancen, sein zehnjähriges Jubiläum als Ministerpräsident von Baden-Württemberg feiern zu können. Nach der Wahl haben die Grünen, so sieht es doch jetzt aus, die Wahl, ob sie mit der CDU weiterregieren möchten oder ob sie den Koalitionspartner austauschen möchten. Vielleicht reicht es ja eben mit der SPD zusammen zur absoluten Mehrheit, dann wird das auf jeden Fall eingegangen werden. Ansonsten könnte man ja auch unter Hinzuziehung von SPD und FDP eine Regierungskoalition bilden. Und ja, da ist die Frage, finden die drei zusammen? Das ist eine andere Frage, aber wir können mal festhalten, die Grünen werden wohl nicht das Amt des Ministerpräsidenten hergeben. Und das soll es also zu diesem Video gewesen sein.